Scheiße, was? Einer von ihnen versuchte es nochmal. Aber dein mentaler Schutzwall war zu stark. Was für eine Kraft! Da sein Gehirn komplett überfordert war, griff einer seinen Komplizen an. Hey, hey, was hast du denn vor? Ich kann gar nicht denken! Du sammeltest geistige Energie und machtest Angriffe wirkungslos.